Und damit Zeitgrüßungen in der Führungsproduktion der Hansburg-Monorhenium mit dem Zwerdenfürst. Ja, weiter geht's auf Router 6. Come on, Leonorhenium, Router de Rums. Los geht's. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich werde es nachher mal, ich werde es gleich mal nachzudenken, wenn ich mal nachgucken werde. Ja, werde ich mal die Aufnahme prüfen, aber ja, auf mein Kopfhörer, das ist ziemlich laut. Okay, ich bin jetzt für den Able-Geflässens aufgereiht mit dem Button. Existente Ben-Dun. Und es ist nicht zu bad. Ben-Dun. Ich greife da. Komm, komm. Guck, Karate. Okay. Interessant. A-Setsu. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Das ist neu. Nein, Taki-Yoru. Taki-Yoru besiegt. So. Okay, Taki-Yoru, der muss trainiert werden. Oh, Tim. Dann hältst du. Wie wär's mit Winkel-Attack? Okay, vielleicht kriegen wir das hin mit O-Ton. Der sobald wir fliegen können, sobald wir jeder Fliegen ersetzen können. Und bewandt wird. Und fliegen wir zurück zur Stadt mit dem Namen des Gewärter. Und das nehmen wir umbewusst. Das ist neu, richtig. Da ist die Mutan-Rote. Da hat einfach kein Spitznamen bekommen. So, mein Trigger. So, weiter wird mir nicht. Manky. Der Natter. Na, komm. Okay. Okay. Ist's dann. Ja, das Problem, was Spook mal mit Überhängung hat, ist, dass die Musik verschieden laut ist. Also, seltsamerweise. Und so, die Route 6 Musik, die war jetzt gerade ziemlich laut. Und die Musik jetzt hier im Kampf schon deutlich leiser. Also, ich wüsste es nur. Kommt mir zumindest gar nicht mehr so schlimm vor. Okay, mein Team ist gleich erledigt. Das ist schlecht. Das war's mit Compi. So, mein, das ist das Team von Markus. Na komm, switchen. So, bitte. Na komm, mach's einfach. Soll ich nicht sein letztes Buch machen. Hm. Ja gut, wir sind endlich. Ja, gute Nacht. Ähm. Können's höchstens nochmal versuchen. Ja. Gut, dann jetzt nochmal. Ich bin letztendlich. Man zählt alles. Dann halt so. Na dann. Und Rutsch für Aerotown. Hier waren wir stehen geblieben. So. Na dann. Geht's weiter auf die Route. Hier ging's weiter auf die Route. Da sind wir im letzten Part schon ein Stückchen in den Wald gekommen. Dann halt jetzt nochmal. Haben wir die Erde schon bekämpft. Ich bezweifle es, dass wir die Erde schon bekämpft haben. Da haben wir uns dann noch nicht schließen. So. So. Mann. Ja. Renne. Und flieh. So, ich weiß gar nicht mehr, ob wir auf dem richtigen Weg sind, oder ob wir auf dem Neuzweg sind. Cupfly! Mann, danke. Muss ich nicht im Team haben, nicht unbedingt. So, ich guck mal kurz nach. Na ja, die Musik muss halt. Irgendwie wird es schon gehen. Musik ist laut, aber es ist schon auf 70%. Ich meine, irgendwas anderes. Ich hoffe, man versteht es nicht. Das ist halt wirklich der Blödsinn, dass man halt hier wirklich, dass die rote Musik laut aussetzt. Tja, aus dem Musikkampf verschiedene Lautstärken im Spiel kommt mir zumindest sofort. Wenn es euch auch so voll kommt, schreckt es mir in den Kommentaren. Das wird relativ spät sein. Das werde ich leider erst relativ spät lesen können. Aber ja, ich lese die Kommentare, auch wenn ich sie erst später anwenden kann. Okay, das haben wir auch schon vorgelesen, das haben wir auch schon vorgelesen. Das müssen wir ja nur mal besiegen. Na komm, mit völgeheiltem Team kriegen wir das erholen. Super Camper. Na komm, das ist Krimo da passiert. Mit Modi kriegen wir das gerockt. Na komm, das wird doch keine Ursache sein. Äh, boah. Na, das hat doch nicht ganz überall getroffen. Ach, verdammt. Modi besiegt. Na dann. Ninja eben. Takeo war nicht so effektiv dagegen. Ne, wer ist denn mal mit Spark? Was? Da sind der Fakt? So, Mist. Ja, nichts. Quick Attack. Ach du Scheiße. Was geht denn hier? Die sind wieder so ein Endgegner oder was? Haben wir so ein Endgegner vor uns? Wenn wir nicht bezwingen können, kommen wir auch niemals weiter. Also zu den ganzen Art. So gut auf. Auch eine Art wie man sich beschäftigen kann. Nein, nein, das ist mein Endgegner. Nein, nein, nein. Tja. Oh, mein, ich bin besiegt. So geht es auch nicht. Hm, ich bin schon besiegt. Ich bin schon besiegt. Da habe ich gerade gesagt, das ist unbezwingbar. Und schon drauf. So, das war ein ever-reinhebbar step-in, dann von der Welt. So, er hat 1,220 Bevoll-Dollar-Getziger in Benjamin. Den Trainer hat er in Unity. The next time we've entered and ended this with Recursion full-time. Okay, cool ein Trailer zu sehen! Derbe! Das ist doch die erste Trailer! So wie sie hießen! Hey, sitz! Komm! Uns wird doch ein bisschen kämpfen! Der Kiro! Dich nicht gleich besiegen lassen! Das ist der Effekt! Ach, warum schon? Das ist doch nicht wahr! Gut dann! Damit du ein paar Erfahrungsmonte kriegst! Ähm... Los, Auton! Haltet durch! Eh, was? Ähm... Nicht die Pokémon, sondern... ... den Kampf! Ding Attack! Kämpfen! Ups! Ups! Das ist wohl nicht so effektiv! Aufheir! Ach, schreie! Kommt die vielleicht... Da weiß halt nicht was effektiv der Gegend ist, was jetzt hier... ... aufheir anzusetzen ist! Ja, das scheint auch nicht so ganz... ... oh, schreck! Quick Attack! Ja, das geht hier eher zäh vor. Das ist jetzt hier irgendwie nicht so gesackt. Auweia. So, der Gatter. So, kommt hier gesiegt. Ja gut, das hiech hier mal wieder. Der Part fängt heute mal wieder super an. Okay, uh. Welche? Und jetzt haben wir hinterher noch gesiegt, oder was? Ähm, Pfund. Auweia, 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 auweia. Nicht schön. Gar nicht schön. Ach stimmt, das effektiv. Ach, das effektiv nicht. Der Kampf der Gatter. Wo ist Markus? Der Kuss. Oh, weia. Wegeklar. Wir sind gut, vielleicht schaffen wir es mit ihm irgendwie. Wir besitzen. Wir besitzen. Könnte klappen. Na komm. Alter, du misst's. Ach, so ein Dreck. Das ist doch nicht wahr. Na komm. Was ist eben? Mach's blitz. Ich bin auch herrlich, dämlich. Eine Attacke einsetzen, die nicht effektiv ist. Oh, Kacke. Das ist aber Burschen. Ach nein, das ist doch... Was ist denn mit dem Kurs? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Es ist zum Schreien heute wieder. Ich bin nicht ganz bei der Sache. Und das ist... Ja. Ist halt irgendwie... Heute ist der Wurm drum. Verzeiht es mir, dass ich hier versage am laufenden Band. Na komm. Wir wollen doch heute mal ein bisschen vorankommen. Das ist doch hier dieses... Wir haben von dem wieder aufgehalten. Aus dem ist das nicht die Richtung, die wir wollen. Vielleicht aber doch. Ist das eine Abkürzung? Vielleicht können wir da jetzt haben. Sein Bärmung. Mutslag. Was gibt das? Was gibt das? Sehr gut. Vorher sollte ich hier nicht viel bringen. Und das Stahlboden. Bodenstreu. Super. Besiegt. Immerhin. Noch kein neues Limmel. So. What were. Noch kommt die Mauer auf eine Amber. Verbrennung. Das ist gut. So trainiert man am besten die Pokémon im Kampf. Auch wenn man mal verliert, immer wieder aufstehen. Und neu kämpfen. Attack Mist. Ach, dieses Attack Mist. Was so viel da ist. Zum Waisernilchen, Leute hier. Zumindest die Verbreitung schadet dem Pokémon etwas. Ich weiß auch nicht, was hier los ist heute. Die. Na komm. In den ersten. Ich beworne ihn mega stark. Das hat dir schon was gebracht. Setz doch mal was ein. Das ist doch zum Heulen. Ach Mensch. Mein Lieb. Verbrennung. Wir attackieren bis zum Heulen. Wir brauchen das Training. Es ist. Na komm. Mach den Rest. Na komm. Verbrennung. Er lässt dich so einfach besiegen. Er lässt dich so einfach besiegen. Das ist ein Gefekt. Finde ich zum Kotzen. Das fiel schon wieder. Ist der ja wohl. Na komm. Mach alle. Okay, mach alle. Das sieht eigentlich anders aus. Karabüse ist auch gut. Ganz gebrauchen. Sehr gut. Na komm. Hinein. Du schaffst das. So. Noch einmal. Dann haben wir es. Na komm. Sie macht mich. So. Dann haben wir es. Besiegt. Fast ein. Nur das Leben. So. Und weiter. Vielleicht können wir ja hier lang. Dann ist es eine Sackgasse. Ja. Wundervoll. Einmal zurück zum Pokémon Center. Das Team Malheiden. Was ja ziemlich geschwächt ist. Es ist heute einer dieser Rauts. Ich bitte um Verzeihung. So was muss es auch mal sein. Müsste mal mit mir gemeinsam leiden. Zwei E-Arenen hat er besiegt. Aber kommt ja auf der Route 6 nicht voran. Ja. In Skenefield ist mir noch eine Anliegenstelle. So. Jetzt hier mal wieder. Heute auf Route 6. Ach Dreck. Jetzt werde ich vom nächsten Jahr aufgehalten. Ich komme nicht mehr voran. Ich war schon fast bei der nächsten Lüge. Jetzt komme ich zum kleinen Teenager. Smoddy. Mach's dir Platz. Amber. Oh komm. Das muss doch. Nicht wöken. Mutzleck. Ach. Manno. Ich will nicht mehr. Na komm. Das kann doch nicht so schwer sein mir. Das bringt immer noch am meisten. Ich brauche nicht genug. Ach. Das ist doch. Einer dieser Ports. Ich fühle mich heute eigentlich nicht so krank und heute. Ein bisschen was Geschneidenes haben. Ein bisschen was weiß von mir geht. Wo ich mich jetzt nicht anstrengen und ins Haus holen muss. Wo ich jetzt nicht. Und jetzt nicht so großen Stress habe. Ich bin und jetzt nicht so krank. Es ist doch, da gehe ich hier. Ich will nicht mehr in die erste Afteil. Das ist ein Kampf. Dann kommt Modi. Dann lass dich halt ein bisschen gehen. Und lass den Nächsten rein. Ich weiß, ich könnte das Team wechseln, aber wir können das mal reinschicken. Aber Modi kämpft bis zum Schluss, bis zum Start-up zu. Das ist noch verschaffen. Na, Modi vielleicht nicht, aber er richtet so viel Schaden an, wie er nun kann. Ja, so weit es geht. Gut, das war's, der Nächste. Der Nächste ist dran. Wie wär's denn mit Stackierung? Der Braufmann, weiß nicht, weil ich kann ja irgendwie ace it. Eine Wain Dance, natürlich. Oh, es wirkt ausnahmsweise mal. Es wird schwach, aber es wirkt. In der Wasserschwinde. Ja, kein Wunder, dass Modi's Attacken waren. In Effektiv waren. Spoon 3. Na, komm. Mastert. So, das bringt ein neues Level. Tadu. Sehr gut. Bumblebeam. Sehr gut. Ein, der Wasserantabgang. Das wird ja höchste Zeit. So, das war's von mir. Vergessen und Bumblebeam. Nee, ich kämpfe erst noch weiter. Auf Lombra. Vielleicht Hans ace it. Na, komm. Die Wassertabriebe wird auf Lombra jetzt nicht insektiv sein, aber ace it. Kommt. Echt. Oh, ja. Sehr gut. Sie müssten noch aushalten. Ach so. Okay. Säelt sich selbst. Na, komm. Mach's fertig. Fail load. Und fail. Ah. Nice. Was ist denn für Takeo? Hilfe 18. Luigi besiegt. Ah, Monoichi. Und Takeo 2 ist in der Molding. Takeo entwickelt sich. Aber doch noch ein Höhepunkt des Parts. Was zum ist für Takeo 2 entwölft. Und du von Leruk. Eine neue Entwicklungsstufe. In diesem Parts. Auch was Schönes. Du warst schon das andere Mechanik. Du musst auf allen anderen Wegen versagen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin morgens. Schau. Wir werden auf die nächste Höhle kommen. Die nächste Höhle. Ich dachte, was da los ist. Könnte man geboren, aber... Ja, das braucht man nicht. Haben wir eine neue Entwicklung in diesem Part gehabt. Auch was, was man aufs Thumbnail packen kann. Immerhin. Haben wir was für Thumbnail. Der Kiro wird auch gleich besiegt sein. Sowieso können wir durch die Pilze nicht durchmarschieren. Das frage ich mich hier. Ah, die wilden Pokémon hier überall. Mensch, ich will keinen Spunnen fangen. Das mache ich nicht. Kein Interesse. Kein Interesse. Was ist denn hier zu lang? Wir werden es dann mal mit... Team umsortieren. Der Kiro droht und prima nach hinten. Wir sind schon trainiert. Wir sind schon Level 18. Switch. Sehr gut. Damit war das Team einigermaßen trainieren. Das war das gute Level. So. Gehen wir mal hier. Der Wanderer. Der Wanderer. Ich habe gerade das Wanderer. Für 2 Millionen Kinder. Der Wanderer für mich. Der Wanderer für den Andromeler. Der Wanderer ist ein Grat. Okay, das kommt wieder aus. Damn! Das Ding ist schon wieder. Oh nein! Das haben wir schon öfters verloren. Reketeck. Oh, weia. Es geht doch wieder nach hinten. Da stellen wir uns doch ins eigene Fleisch wieder mit. Ja, Pupi! Ähm... Gut, ja. Man hat fleißig gekämpft. Habt aber nix gemacht. Na, wen haben wir denn noch so am Leben? Fast alle. Nein, vielleicht können sie kämpfen. Der Weg trotter. Vielleicht nicht hier irgendwas. Spark! Komm! Das muss doch... No! Besser ist nix. Na komm, Spark! Ja, gut. Immerhin Paralyser. Wie Molly. Aus nächstes Problem hat er immer uns gesiegt. Äh, ja. Die Paralyser wirkt wohl weniger. Die wirkt wohl nicht so ganz. Was? Na komm, der Kampfdenkant haben. Der Klappler. Sehr gut. Nicht so gut. Nimm mal Slapp. So, sehr wohl. Besiegt. Sehr gut. Ach, nur ein Pokémon hat er. Sehr schön. Ab in hier. Höhle. Watch Vale. Tunnel. Vorsichtig. Die Trainer umgehen. Wir trainieren im hohen Haas. Sehr gut. Keine wilden Pokémon mehr hier. Ah. Gerade wo ist Alena? Ja gut. Oh Mann. Ja genau. Sie kann nicht fliegen. Natürlich kann ich nicht fliegen. Herzmatt. Noch auf. Aha. Okay. Lass uns fliegen. Lass uns fliegen. Und es geht. Auweia. Ich muss auch gegen so einen... ...illigamen... ...unikämpfer. Das hält uns auch für die Ewigkeit aus. Kann man wieder nicht weiter fahren. Ich muss immer wieder mit dieser Mord. Es ist... Ich bin vielmehr zu meinen Schuldigen. Es ist heute wieder so ein paar Brot. Ich finde es selbst zum Kotzen. Dass du das ertragen musst. Mir hilft dir nix. Es muss auch immer sein. Im nächsten Part kommen wir vielleicht mal weiter. Das ist verdammte Viech. Oh komm. Das ist ein Defekt. Ich kann das nicht mehr lesen. Ich will das nicht mehr sehen. Ich will das nicht mehr sehen. Super in eurer Trainer. falls du... Hier ist ein... Extremes Location. Es wird... Auf jeden Fall. Ja gut. Ja, dann... Mal schauen, wo wir das überleben werden. Ah! Ein Minion. Vielleicht unterspricht man wirklich Minion aus. Noch was besiegt. Gut, da hätten wir noch Oaten und Starkey. Na komm, Level 20 sind die Pokémon-Trainer hier schon. Die Pokémon-Där-Trainer. Okay, es gibt einen Möbel-Entstieg. Aber wir schaffen es noch, wir schaffen es. Machen wir uns mal versagen. Es ist noch nötig. Es ist nötig, das zum Gespräch zu verstehen. Ja, wir werden es gleich wieder verkacken. Nur noch Takeru an Bord. Ach du Scheiße. Wie wärst du denn mit einer gewissen Medizin? Takeru an Bord. Komm. Halt's durch. Halt's durch, der Klon. Sie ist ja noch durchhalten aus. Ah, Kacke. Ach Dreck. Naja, das mache ich jetzt so. Das ist... Das wird auch Rage gut. Schon wieder das dritte Mal Game Over heute. Das dritte oder vierte Mal. Ich glaube das dritte Mal. Vielleicht waren es sogar vier. Jut, dann mache ich auch Spreen den ganzen Weg nochmal. Und dann sehen wir uns im nächsten Ort. Dort in der Höhle wieder. Und da habe ich nach oben, sonst euch irgendwie gefallen haben. Trotzdem, irgendwie trotzdem, trotzdem viel. Trotz der Scheiß, die ich heute gebaut habe. Tja, lasst ein Abo da, wie ihr seid. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Ciao, ciao. Und da Forgive. bombers kommt wirklich. Pfeiffer Tja, w 8 v 2 v v